Wer Ohren hat, der höre Achtmal steht dieser Satz im Buch der Offenbarung. Warum wird denn solch eine Selbstverständlichkeit so sehr betont? Ich denke, weil wir manchmal eben nicht hinhören. Das meine ich so. Informationen, die unserer Meinung entsprechen, die nehmen wir bereitwillig auf und verwerten sie als eine Bestätigung unserer Ansichten. Dagegen Informationen, die unserer Überzeugung widersprechen, die überhören wir uns gern. Sie sind unbequem. Wir verdrängen sie. Wir tun das nicht bewusst, nicht aus bösem Willen. Nein, das ist eine typische Verhaltensweise der meisten Menschen. Der Vorgang hat sogar einen Namen. Confirmation Bias. Zu deutsch der Bestätigungsfehler oder die Bestätigungsverzerrung. Es ist also ein Denkfehler, wenn wir vor allem die eigenen Erwartungen bestätigen und wenn wir danach die Informationen aussuchen, die wir an uns heranlassen. Beispiele gefällig? Die Astrologie funktioniert auf diese Weise. Wenn da also im Horoskop steht, heute haben sie besonderes Glück beim anderen Geschlecht und jemand glaubt das, dann wird er auch Anzeichen dafür entdecken. Ganz sicher. Auch während der Corona-Zeit musste ich die Erfahrung machen, wir füttern uns mit Informationen, die uns schmecken. Und Daten, die anders klingen, die erreichen unser Herz kaum. Dieses Denken ist so weit verbreitet, dass es sogar der Vater aller Denkfehler genannt wird. Confirmation Bias. Im Zeitalter des Internets geschieht das häufig. Zum Teil nehmen uns die Suchmaschinen sogar diese Arbeit ab und präsentieren uns Webseiten ganz entsprechend unserer persönlichen Vorlieben. So entsteht das, was wir Filterblasen nennen. Es ist ein Kreislauf der Selbstbestätigung. Im Grunde ist es eine Selbsttäuschung. Wir wissen nicht, ob wir wirklich Recht haben, aber wir sind der festen Überzeugung. Die Tatsachen scheinen uns ja recht zu geben. Und nun sagt Jesus zu uns, Wer Ohren hat, der höre. Wer Ohren hat, der höre wirklich hin. Wer Ohren hat, der höre auch in die jeweilige andere Richtung. Und er versuche zu verstehen. Gerade religiöse und weltanschauliche Ansichten sind sehr anfällig für den Confirmation Bias. Was denken Sie denn über den Klimawandel, die Erderwärmung? Oder welche Meinung haben Sie über die Herkunft des Lebens? Sind wir geschaffene Wesen oder haben wir uns entwickelt? Was denken wir als Christen über jeweils andere Kirchen? Waren Sie denn schon mal dort und haben mit den anderen Christen gemeinsam gebetet? Nein, ich gebe jetzt keine Antworten auf solche Fragen. Ich weise nur auf einen möglichen Denkfehler hin. Eine Sache, die ich nur aus einer Sicht kenne, die kenne ich nicht wirklich. Dieses Problem lässt sich leicht lösen. Wer Ohren hat, der höre. Ich bin wundern, der schedetzer ist in den Augen. Und dann schede ich mich auch noch reale. Ich bin wundern. Ich bin wundern. Wenn ich selbst als Kind steht, ich bin wundern. Ich bin wundern.